Hallo zusammen, das Üben der Weihnachtslieder hat begonnen. Ich habe mir den Titel The Christmas Song nochmal aufgelegt. Den hatte ich zwar bereits im vergangenen Jahr gespielt, aber ich möchte den Titel gerne in diesem Jahr auf dem PA5X Musikant mit 88 Tasten interpretieren. Registriert habe ich das mit einem Jazz-Kornett und einem ganz dünnen Bläsersound in der linken Hand. Den Mittelteil spielt ein Saxophon-Ensemble. Style Serenadeband in Tempo 76. Die Melodie ist sehr einfach, allerdings haben es die Akkorde der linken Hand in sich. Die blende ich in dem Video übrigens gerne ein. Und nun hoffe ich, dass euch meine Interpretation etwas gefällt. The Christmas Song The Christmas Song Musik 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 Musik